hallo leute mein name ist maximilian polux und das hier ist mein youtube channel wir machen jetzt eine kurze reaction auf castra zagaran bei hier wie hyperbole fragt ein ex angel viele leute haben geschrieben so auf das video reagieren ich habe mir gedacht ich will es nicht mal anschauen das ding ist so ein bisschen ich weiß mein bildungsauftrag ich weiß auch wo ich heute stehe und dieses video bringt mich an einen meiner großen konflikte nämlich dass mir mir ist bewusst dass ich hier noch nicht die richtige einstellung habe ich muss hier selbst noch an mir arbeiten denn castra zagaran genannt der perser ist ein kronzeuge und er hat in einem mordprozess als kronzeuge ausgesagt er hat nicht nur in diesem prozess ausgesagt sondern so einfach läuft es nicht also ich möchte jetzt da nicht 100 prozent was falsches sagen aber normalerweise kommst du dann nicht raus mit ja ich sage nur über diesen mordprozess aus sondern meistens musst du auch über andere dinge aussagen die du weißt heißt der hat mal drogen gekauft der hat mal das gemacht der hat mal das gemacht und jetzt sind wir dann so ein bisschen in dem bereich von dem was ich nicht so gerne habe weil ich selbst eben davon betroffen war und ich weiß wie schnell die grenze verschwimmt zwischen der wahrheit und lügen das gesagt ist mir trotzdem klar dass das verhalten also dass das dass das nicht in ordnung ist was da passiert ist und dass die polizei das halt aufklären muss und ich habe da diesen konflikt ich habe da diesen riesen konflikt es ist das wort kronzeuge das mir so die luft abschnürt was ist der kronzeuge der kronzeuge der begriff kommt hier aus dem angelsächsischen als die krone noch der ankläger war darüber habe ich glaube ich schon ein paar mal geredet aber früher war das ja nicht der staat gegen sondern es war der könig gegen dich für die königin und da hast du hier irgendwo im wald einen hirsch geschossen der nicht gehört hat weil dem könig einfach alles gehört hat und dann hat der könig eben gegen dich ist der könig gegen dich vorgegangen und die leute die dann gegen dich ausgesagt haben waren die krone zeugen und seit ich ein kind bin seit star wars damals star wars 1 alle heute star wars 4 keine ahnung 4 seit damals war ich nicht für den könig ich bin nicht für den imperator ich bin nicht für das imperium so ich bin auf der seite der rebellion ich bin auf der seite des kleinen mannes und deswegen kommt dieses wort kronzeuge es schüttelt mich und ich weiß dass ich da an mir arbeiten muss ich weiß dass da noch nicht alles aufgearbeitet ist was ich an mir trage an an schmerz genau und jetzt gucken wir uns jemanden an der als kronzeuge eben gegen seine seine homies ausgesagt hat und noch mal diese homies suchen sich die leute ja davor aus aber gut ich habe doch immer mit dem mit dem philip also philip schlaffer habe ich da immer diese diese diskussionen wo er mir auch sagt da ist deine meinung falsch von wegen keine aussagen vorgericht blablabla da ist deine meinung falsch und ich verstehe ihn ich verstehe ihn ich verstehe ihn aber ich kann es nicht ich kann nicht mit dem imperium zusammenarbeiten lasst schauen wir uns mal an so wir wissen ja alle worum es geht bei kassel sagen es geht um diese wie heißt der mord wettbüro mord wettbüro mord in berlin bei dem ein mann erschossen wurde haben die sind da glaube ich zu acht drei rein marschiert und einer hat auf den geschossen so jetzt was macht die polizei jetzt die polizei versucht jetzt jeden dieser acht leute für mord dran zu kriegen plus in dem fall ein mann namens kdp 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 der sozusagen damals chapter chef war also der oberste hells angel in dieser situation und somit als auftraggeber für diesen mord genauso lebenslänglich bekommen kann wie der typ der abgedrückt hat und da sind schon die kopf wieder oder das war nicht die polizei das war die feuerwehr oder der notarzt wenn du natürlich zu acht dort rein läufst und einer schießt und alle sieben haben jetzt sind jetzt potenziell mit lebenslänglich bedroht dann verstehe ich wenn jemand sich einkackt und vielleicht haben die nicht mal gewusst dass heute jemand erschossen werden soll dann sind ist das dieser moment wo wie böse kannst du jemand noch sein wenn der aussage macht wir gehen da rein und ihr erschießt jemanden und ich soll jetzt lebenslänglich im knast hocken ja diese so diese version verstehe ich und wahrscheinlich ist es die version die uns heute erzählen wird auf der anderen seite was habt ihr gedacht was dort passiert was hast du gedacht wenn du dort mit acht leuten reinläuft was genau wird jetzt passieren und es war ja kein der andere war auch müssen wir auch mal sagen kein unschuldslam kein netter typ so sondern es war auch ein knallharter gangster halt und dann läufst du da rein warum warum kommst du dazu acht da wolltest du ihm jetzt du wolltest ihm drohen du willst ihm zu acht zu drohen oder was jemanden der dir schon ein paar mal gesagt hat ich da war da vorne messerstecherei schon sogar also du bist der andere jemand der dem du schlecht drohen kannst wenn du ihm drohst wird gewalt also was zum teufel machst wird und dann ist so ein bisschen da dazwischen bewegen wir uns zwischen diesen beiden extremen ja jemand hat den ermordet ich war wollte ja nur damit und digga du läufst mit potenziellen mördern rum also was holst du später gut das jetzt mal zur einleitung warum ich heute an meine grenzen kommen werde dessen was was mein gehirn fähig ist zu übertragen so los geht's ist es in ordnung grundzeug zu sein ja oder nein ich weiß glaube nicht dass wir diese frage heute klären können für mich zumindest nicht ich weiß was moralisch richtig wäre und ich kann noch nicht ganz raus aus meiner haut verzeiht mir los geht's auf mein name ist castra als ex-hearts-angels-mitglied habe ich viel kriminalität und gewalt gesehen da war ich 2014 wurde ich im zuge des berliner wettbewerbmordes festgenommen und entschied mich dazu als grundzeuge auszusagen heute lebe ich ein normales leben mit polizeischutz und habe ein buch über alles geschrieben okay da also der lebt sogar noch unter polizeischutz was ich jetzt wenn ich so drüber nachdenk wenn ich der bin der den polizeischutz durchführt wenn ich der bin der jeden tag naja polizeischutz drei schichten mindestens zwei schichten vielleicht drei drei schichten den man bewachen muss dann wäre ich nicht sehr glücklich darüber dass er so mit seinem gesicht hier bei hyperbole zu sehen ist muss man sich auch fragen wir fragen uns das immer ständig ja wieso wir können nicht den oder den können wir nicht bewachen wir wir haben keine beamten um hoch gefährliche täter 24 stunden zu überwachen so jetzt haben wir aber beamte um hier jemanden zu beschützen der als kronzeuge ausgesagt hat dem geben wir sogar tatsächlich in den wenigsten fernken die leute wirklich neue namen oder so aber die werden dem wird geholfen dass sie sich halt eben umsiedeln in eine andere stadt und so weiter und dann sehe ich den beim video mit fast eine million klicks hier im internet auftauchen und in jede talkshow tingeln muss ich mich fragen ob der polizeischutz noch gerechtfertigt ist als jetzt jemand der mittlerweile verdammt viel steuern zahlen muss immer wisst ihr was die nehmen 50 prozent von allem was man verdient dann haben wir nicht mehr viel alle so ach nee was hast du gedacht und ich so hey warte wo ist mein hack naja gut also polizeischutz also ne hallo kasra hallo riet 10 möchte wissen wie bist du mit den hells angels in kontakt gekommen durch einen jugendfreund der war damals bei der legion 81 das ist eine supporter gruppe in kiel von den kieler hells angels damals gewesen 2009 2010 und wir kannten uns aus dem rotlicht vom hamburger kiez und repa bahn san pauli und der man kannte mich weil ich halt ein relativ gutes guten namen also ein standing hatte in der szene und die waren gerade am aufbauen dieser ganzen struktur dieser supporter struktur und der hat mich gefragt ob ich nicht lust darauf hätte hat mich eingeladen zu einer veranstaltung man kannte sich schon von früher aber ich hatte nie großartige berührungspunkte mit der szene erst ab dem moment wo man mich eingeladen hat ich war eine szene ich war ja lange bin ja mit 16 ins rotlicht eingestiegen hatte frauen laufen war wirtschaft da hat ihm als türsteher gearbeitet habe hier und da auch mal gewalt angewendet und das spricht sich natürlich rum wenn du ein wehrfähiger typ ist okay also wir haben jetzt schon ein bisschen was gehört zu von ihm mit 16 natürlich ist zwar sehr 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 früh wenn du mit 16 in so eine strukturen schon kommst wenn du dann da immer rumhängst du siehst irgendwie wie die älteren fette karren fahren super viel kohle haben kriegst ja nicht mit wieder du kriegst da haben wir wieder das problem du bist jetzt irgendwo in 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 hamburg auf dem kiez unterwegs werden siehst du du siehst wie es gut läuft du siehst bei den leute bei denen super gut läuft und auf der anderen seite siehst du freier das ist super abschreckend dann habe ich mich geschämt teilweise ein mann zu sein und du willst das ist die eine seite du siehst auf der anderen seite siehst du dann so ein paar coole typen mit fetten karren die 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 das geld nicht den mädchen geben sondern das von den mädchen bekommen und der blick von einer von einer frau die dort arbeitet und anschaffen geht die sie einem freier gibt ist wenn wenn ihr gute augen habt der ist so voll von verachtung der ist so voll von verachtung und aber gleichzeitig dann der blick den sie hat dem typen gegenüber der mit der fetten kahl kommt dem sie ihr geld noch gibt der ist so voll den bewundert und wer willst du dann sein mit 6 was willst du sein willst du so wie die seiner die hier besoffen ihr 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 gehalt auch selbst wenn sie fett verdienen die sich denen das geld aus der tasche gezogen wird von leuten die sie eigentlich verabscheuen oder willst du der sein der dieses geld kriegt und der sogar noch bewundert wird dann von den schönen frauen die dort sind das ist natürlich ein extrem starkes bild für einen jungen menschen mit 16 17 18 keine frage für jemand der dann also du willst nicht der sein du bist der sein und insofern trotzdem ich muss sagen ich hatte ja auch diese hätte auch diese möglichkeit gehabt oder so ich war ja auch dort und ich habe beides gesehen ich fand beides eklig für mich war es beides nichts ich wollte nicht ich kann nicht mir war schon drogen verkaufen ist schon stressig genug ich wollte nicht noch ein mensch als produkt haben so aber gut er hat anscheinend in dem alter oder relativ früh bis jetzt nicht waren schon mädchen laufen gehabt so heißt mittels den anschaffen gegangen haben ihm die kohle gegeben wir haben da ich weiß nicht ja habt ihr vielleicht gesehen ich kenne karate an wir waren zusammen wir haben das handy und ich haben das besprochen es gibt so diesen alten typ der das mit gewalt gemacht hat was wirklich übel ist und dann gibt es aber so neu so einen anderen typ auch das mit emotionen macht der die frauen so an sich bindet durchs nett sein durch das und dann aber halt zwischen zwischen rein mal ein arschloch ist und der genauso erfolgreich sein kann in diesem geschäft ich finde beides zum kotzen aber gut wer bin ich jetzt dazu werten ich war genau das gleiche also ich war nicht besser als dieser typ in dem alter typ ist im milieu dann spricht sich das rum und so hatte ich mit meinen namen damals aufgebaut beziehungsweise hat sich der name dann entwickelt und ich war bekannt dafür nicht zimperlich zu sein und auch sich durchzusetzen mit gewalt und von daher kam ich dann für solche strukturen und gerade für die szene da rocker beziehungsweise hits angels supporter legion 81 kam ich in frage für die jungs und so bin ich in diese ganze szene reingerutscht da haben wir eins meiner lieblingswörter er sagt gerade er ist da reingerutscht und deshalb bullshit ich merke schon ich bin dem voll kritisch gegenüber echt aber gut reingerutscht was für reingerutscht du hast gerade beschrieben bist mit 16 auf der reeperbahn rumgehangen und hast von da an so dein mann gestanden und hast du bist da nicht reingerutscht du hast jeden dieser schritte bewusst gemacht natürlich ist ein 16 17 18 19 20 jähriger nicht wirklich im vollbesitz seiner geistigen kräfte aber dieses wort reingerutscht ist einfach nicht wahr du rutschst du rutschst nicht in die als angels rein da musst du dir mühe geben und das ist ja das ist das ist teil dieses narrativs ich bin da rein gerutscht und später um da rauszukommen habe ich dann halt die seite die seite gewechselt weil die andere seite war ja kacke ich habe das nicht gesehen früher und bin da jetzt rein gerutscht und jetzt gehe ich da raus und so nicht so nicht du bist nicht da rein gerutscht also dieser mann ist nicht da rein ich werde den viele haben gesagt ich sollte mal einladen mal gucken ob er überhaupt mit sprechen würde so und ab vor allem ob ich es schaffe diese komische kritische grundhaltung abzulegen abzulegen weil das ist auch nicht fair ich habe mich ja auch geändert nur ich habe mich geändert auf mal übrigens auch die leute die dann immer sagen so ja dann hast du ja zugelassen dass die anderen verbrecher weiter verbrechen begehen weil du hast nicht ausgesagt ja aber die haben sich alle zerlegt auf irgendeine art so das schicksal nimmt schon ja das muss nicht ich musste nicht die seiten wechseln seiten wechseln überhaupt man alle aber gut bis jetzt nur dieses reingerutscht war nicht in ordnung sonst alles was er sagt das hat bis jetzt so also ein junger aggressiver starker typ mit einem mit einem willen und noch dazu jetzt sind wir wieder bei dem konflikt den ich immer sagt mit den schulen so wie oft wurde er in der schule gelobt wie oft wurde er auf der straße gelobt wir wissen es nicht wie oft er in der schule gelobt wurde aber wir haben es gerade gehört auf der straße wurde er gelobt so im milieu wurde er gelobt leute haben gesehen das ist jemand der kann sich durchsetzen der so der so der so es gibt also ein need für diese fähigkeiten und solange wir als gesellschaft nicht schaffen einen menschen wie ihm einen zweck zu geben einen sinn zu geben eine eine ein gutes gefühl zu geben solange werden andere strukturen diese menschen abfischen und da verlieren wir enormes potenzial wie sah die aufnahmeprüfung bei den heads angels es gibt keine klassische aufnahmeprüfung das ist man wenn der klub sich entschieden hat das entscheiden ja vollmitglieder ob man in frage kommt für die struktur verschafft man sich ein bild im alltag so man sagt dann kommen vorbei verbringt zeit mit uns und wenn er erstmal grundsätzlich vom charakter passt dann sagt man das hangaround das ist dann die erste vorstufe fürs member werden und dann die geht drei monate minimum und in der zeit passieren dinge man erlebt den alltag miteinander und da wird dann geschaut aber passt zu den leuten aber den klub zu vertreten kann nach außen wie man sich wünscht ob er in gewisser situation den schwanz einzieht ob er bei polizei angst bekommt oder den druck nicht aushält ob er sich durchsetzen kann war gegen andere strukturen klaren andere gangs und da entscheidet sich dann aber dann zweite stufe erreicht das ist prospekt und so läuft das dann bis zum ende und das bleibt eigentlich bis bis solange man mitglied ist muss man sich immer beweisen also was wir gerade gehört haben was auch ist auch eine sache die leute immer vergessen man will ja zu dem man geht zu den als englisch zum beispiel weil man will bei den starken menschen bei den starken sein bei den löwen sein man will sich sicher fühlen eigentlich man will dominanz ausstrahlen man will das letzte wort haben problem es gibt immer andere löwen es gibt immer andere strukturen die genau gleich so sind egal wer ihr seid es wird immer jemand kommen der sagt den den immer 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 das ist ja das also frieden werde so nicht finden natürlich dürfen nicht vergessen und es gibt genügend leute die krieg suchen und deswegen ist es nicht wirklich abschreckend für alle es ist muss nur mal gesagt werden halt nur weil du also oben an der nahrungskette im milieu zu schwimmen heißt noch lange nicht dass du sicher bist so von eigenen leuten nicht von so vielen anderen also das ist nichts was euch wirklich ruhe und frieden bringen wird ansonsten ja das kann man sagen das ablauf eines aktiven hells angels beschreiben relativ mega entspannter tagesablauf man steht auf irgendwann um 12 steigt in sein großes teures auto erst mal frühstücken bei uns war das in der selbe fern in der landstraße da ist man dann macht da telefonate guckt was abläuft was passiert ist meistens ist immer sehr sehr schön weil es passiert irgendwas irgendwas ist immer los ob es wirklich verhaftungen sind oder auseinandersetzungen oder auch erlebnisse in denen man irgendwelche leute aus dem sich sehen kennt oder eingeladen wird es passiert irgendwas und wenn man das abgecheckt hat dann fährt man ins clubhaus oder ins café wo man sich rum trifft mit den jungs und konnektiert sich und sitzt dann da ein ab geht von einem café ins andere fährt dann in puff oder damals ins atem ist trifft dann die frau mit geld ab fährt zu den anderen geschäften und da geht ab läuft dann mal eben so mit 10.000 15.000 euro rum zum beispiel und ja gibt das geld aus lebt sein leben sitzt im clubhaus verbindet zeitbedingungen bis in abends dann geht man wieder essen manchmal fährt man ans ausland in skandinavien oder in thekai wo auch immer also wir haben hier auch bekannte die die bei clubs sind und so nach außen sieht es schon immer cool aus der ablauf aber ist ja auch nicht wirklich für jeden viele machen viele haben trotzdem super viel stress so wie er es jetzt geschildert hat ist natürlich schon klingt es natürlich geil will ich auch will ich auch ich will auch in meine fette karre steigen geld abholen hier und da was was aber keiner will sind die verhaftungen das war interessant klingt besser hat es ist sage ich euch m bilal hat sich gefragt wie haben menschen euch kontaktiert für aufträge das passiert aus dem alltag heraus man ist ja bekannt im kiez speziell wedding und die leute die geld verdienen oder unversteuertes geld in dem fall was ja auch illegal ist haben treten uns heran zum beispiel jetzt und sagen ich habe pass auf ich habe ein stiller teilhaber in einem dünnerladen oder in der diskothek habe da probleme mit meinem partner der möchte mich nicht auszahlen oder zahlt mir zu wenig und beteiligt mich nicht was auch immer ich zahle ich jetzt so xy mal 50.000 cash klärt das bitte für mich und ich beteilige euch dann daraufhin solange der betrieb läuft zehn prozent an den umsetzen oder 20 prozent so das heißt es sind immer leute aus dem umfeld die einen kennen oder der kennt überkennt ihn erkennt ihn wieder durch dritte vierte fünfte so funktioniert das es gibt jetzt keine hotline was war das schlimmste was du also hier sehen wir die gute alte was war das schlimmste was du während deiner zeit als barbler das ist so was ist das schlimmste was ist das schlimmste was ist das schlimmste mein gott okay was ist denn das schlimmste der mord wahrscheinlich also ganz klar der wettbüro mord 2014 in dem ich ja wo ich ja dann zwangsläufig dann auch mitgewirkt habe bzw proaktiv sondern dabei war und das war für mich das schlimmste erlebnis man muss sich vorstellen wir sind dorthin an dem abend sollten den jungen sind tahir ösbeck damals eine ansage machen weil er ja auch proaktiv die konfrontation okay jetzt kommen wir so jetzt kommen wir also zu dem zu dem zu dem mord okay also das ding war was er jetzt gerade gesagt haben die sollten dorthin und ihm der ansage machen weil er proaktiv die konfrontation gesucht hat heißt der andere hat gesagt er was macht und also sollte man dorthin um eine ansage zu machen gut zu acht leute auflaufen ansage machen ist natürlich stabiler da wird die ansage auch verstanden normalerweise okay weiter geht's immer gespannt uns gesucht hat im zweifel zwei wenn er dann widerworte gibt ihn dann ganz plump gesagt in die fresse hauen das war ein geschehen ist was alltäglich war muss man schon dazu sagen aber ihn zu töten war jetzt für mich nicht geplant es gab auch keine keine ansage diesbezüglich wir sind auf jeden fall dahin sind in den laden rein in den parallelstraße ich glaube die hausautostraße war das in reineckendorf sind in den laden rein ich habe mir eine kapuze übergezogen haben sind dann durchgelaufen ein paar jungs waren vor mir und der erste hat dann eine knarre gezogen oder hatte sie schon in der hand ich habe es nicht gesehen und hat das magazin auf ihn abgefeuert beziehungsweise komplett entleert ich glaube mit acht kugeln und sechs davon haben getroffen alle tödlich und das war für mich das schlimmste erlebnis und für mich war ab dem moment auch klar als ich aus dem laden dann rausgerannt bin das ist das war es also das war es jetzt hier mit der ganzen geschichte nicht nur für mich sondern auch für das charter weil das wird sich da vor allem die polizei wird hier regellos durchgreifen trisch möchte das okay okay also war interessant okay viel auszupacken gehen rein einer hat eine knarre in der hand okay also du wusstest komm bro du weißt dass sie bewaffnet sind okay du hast jetzt seine sache sein ding ist er sagt er muss ja auch sagen er kann nichts anderes sagen er kann nicht sagen ich habe schon gedacht dass die den umlegen außerdem und ich glaube tatsächlich dass es sein kann dass bei acht leuten nicht jeder weiß dass es halt ein hit sein soll man muss aber auch sagen und da so würden richter normalerweise argumentieren wenn du jetzt nicht in die kronzeugen regelung gehst wenn du jetzt nicht in die kronzeugen regelung gehst würden richter so argumentieren dass sie sagen ey ihr seid zu acht dort reingegangen um in dem in die fresse zu schlagen ganz plump gesagt das zieht definitiv nach sich dass sie bereit war dem sein leben aufs spiel zu setzen und so also diese argumentationskette kann man schon noch anders spinnen glaube ich vermutlich könnte ich mir vorstellen ich kann es dir nicht ich kann es euch nicht sagen die frage ist wusste ja wusste ja nicht kann ich euch nicht sagen alltag reinzugehen zu acht leute ins maul zu hauen ist natürlich auch meine wenn dir das okay war für dich und das andere jetzt nicht ich verstehe nicht ganz warum das eine ist okay gewesen und das andere ist so so eine überraschung wissen wie ich mein oder bin jetzt sei nur ich also und auch er hat auch was gesagt was mir aufgefallen ist was man jetzt noch mal nachfragen hätte müssen so dieses ja du wusstest es ist vorbei fürs charter so wusstest du es ist vorbei fürs charter weil die cops sich einschalten werden oder wusstest du weil das moralisch für dich eine grenzüberschreitung war dass es für dich vorbei ist mit den hess angels so oder war es so ah ich glaube jetzt werden sie jetzt kriegen es alle und das heißt es ist für mich vorbei das ist ein komplett anderer ansatz ihr merkt ich bin dem mann so kritisch gegenüber weil ich einfach wisst ihr deswegen war geht man geht in so wenn du dann nennen sie halt erst nicht brüder dann sag doch erst nicht ja wir sind brüder wir sind brüder wir sind brüder was hast du gedacht was das für leute sind was hast du gedacht was passieren kann du du hast dich einem der das ich meine du weißt doch natürlich am anfang kannst du dir so vorstellen okay ich stelle mir das so und so und so vor und es gibt auch ganz andere charter in deutschland es gibt ganz andere gruppierungen in deutschland weil teile von den von den englern in deutschland wie auch nicht so drauf sind hat und dann kannst du sagen da bin ich dann so dazu gekommen ich wollte immer dabei sein ich fand es cool dabei zu sein und dann ist es mir zu hart geworden oder so aber diese 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 charter war schon ich meine du hast die leute ja gesehen du wusstest ja wer und wie und was und dann warst du überrascht das ist so ein bisschen aber gut aus welchen gründen wurde taille ösbeck umgebracht aus rache gute frage ganz niederträchtige rache weil er sich nicht dem gefügt hat was der präsident damals wollte und das ist meine auffassung das gericht hat es auch so gesehen das hat sich über mehrere monate dann hingezogen die eskalation kein lassen schritt zurückgegangen das konnte sich gerade party damals der damalige präsident des berliner charters dem ich zugehörig war nicht gefallen lassen dementsprechend war dann irgendwann die logische konsequenz aufgrund der ganzen geschehnisse ihn zu töten oder beziehungsweise ihn töten zu lassen lennart möchte wissen okay auch wieder so ein bisschen so also jetzt okay bist du da danach dazugekommen auf den schluss oder so oder was hast du du wusstest also davor er konnte sich das nicht gefallen lassen du kanntest diesen mann du kanntest diese die die leute die um ihn rum waren du kanntest den konflikt und dann warst du überrascht dass er getötet wurde das ist tut mir leid man die bis jetzt für mich die begründung bleibt wie bei allen leuten die 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 grundzeuge machen oder die sich die die aussage mal ihr wolltet nicht in knast ihr wolltet nicht du hast ja sowieso knast bekommen da war ja gesessen aber du wolltest nicht lebenslänglich und das verstehe ich ich meine das verstehe ich aber dann muss man halt auch sagen wieso zum teufel bist du bei diesen acht leuten dabei die da einlaufen warum hast du dich dazu entschieden gute frage jetzt wollen wir mal das grundsätzlich habe ich mich entschieden auszusagen um die tat aufzuklären das ist das ist nein 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 okay dann klär die tat auf schreibt der mutter von dem schreibt einen anonymen brief das ist nicht du die ok ich kriege mich auch bevor ich es mir anhöre warte ich komm entschuldigung entschuldigung also warum hast du dich entschieden aus zu sagen warum hast du dich dazu entschieden aus zu sagen grundsätzlich habe ich mich entschieden aus zu sagen um die tat aufzuklären bzw war man die tat so in der öffentlichkeit und nicht nur auch die öffentlichkeit sondern auch die staatsanwaltschaft die die anklage damals vertreten hat so dargestellt hat wie sie halt nicht war sondern es wussten halt nicht alle nicht mehr mit eingeschlossen und wenn man halt nichts sagt vor gericht bleibt es halt so im raum stehen dementsprechend war es halt für mich wichtig das klarzustellen dass ich davon nichts wusste und auch ein paar andere also mindestens die hälfte der beteiligten nichts davon wusste und da war für mich der beweggrund erstmal grundsätzlich zu sagen okay leute so und so ist es so und so habe ich es erlebt und das war erstmal der grundsätzliche beweggrund warum ich mich entschieden habe aus zu sagen okay das hat sich jetzt ein bisschen geändert von dem was ich gesagt habe weil ich dachte am anfang die tat aufklären okay das muss man das okay von herzen verstehe ich weil es gibt nichts schlimmeres als wenn du eine version übergestülpt bekommst ich weiß noch falls ihr euch ich habe mal erzählt die messerstecherei mit floyd damals so einer meiner engsten leute sticht den halt in hals so und die cops nehmen uns fest und finden bei mir ein messer und bei ihm nicht und die so aha okay du warst es und ich so und hab mir so gedacht ich kann doch jetzt nicht mein mein ein meiner besten freunde hier verraten also verraten auch wieder ich kann das nicht und gleichzeitig will ich auch nicht der sein man dem dem der schuldig gesprochen wird und da ich kenne dieses gefühl und das ist echt mies das ist echt mies hat sich gefragt was sagen deine eltern zu der tat und dass du als angel mitglied warst nicht gut alles andere ich glaube kein normales elternteil wünscht sich dass man dass das kind in solche strukturen wächst oder hinein gerät geschweige denn in solchen taten oder solche taten verwickelt ist oder solche taten mit verübt von daher alles andere als gut sondern ich glaube die hätten sich das gewünscht es wäre nie dazu gekommen und ich wäre nie diese struktur eingetreten so war es halt aber hier ganz kurz wieder mein appell an alle leute falls ihr jetzt noch welche zuschauen ich weiß gar nicht viele sagen ich mache das für meine family ich mache das damit meine mom besseres leben hat ich mache das das und wie er gerade gesagt hat eltern normalerweise wollen das nicht selbst selbst leute die im milieu sind wollen es oft nicht es gibt natürlich einige ausnahmen aber gerade eltern die selber hat gearbeitet haben oder so oder jetzt nicht in lamborghini fahren wollten halt die können die können das nicht verstehen und die finden es ganz fürchterlich und wir sehen auch an seinem hals ich meine hatte jetzt einen fetten toten kopf ich sehe da drunter noch die buchstaben zumindest das lettering wahrscheinlich ein ein prozent stand da oder so wurde dann halt auch schon sagst ich bin das ein prozent da kommt ja daher ein prozent da gab es irgendwann mal so ein ami der gesagt hat irgendwie polizei behörden die motorrad bürger irgendein motorradverein sowas wie der adhc vom motorradfahrer glaube ich war das in den usa der gesagt hat als alle gesagt haben motorradfahrer diese rocker das ist das schlimmste und dann haben die gesagt ey nur ein prozent aller motorradfahrer auf der welt sind überhaupt in irgendwelche kriminellen sachen verwickelt also alle alle motorradclubs und deswegen trägt man diese eins so man ist diese ein prozent und das natürlich für eltern hart zu sehen so dass der sohn sich mit kriminalität auf diese art identifizieren will so macht natürlich keinen spaß nille 911 hat sich gefragt schämst du dich manchmal für deinen verrat für mich war es kein verrat so gehe ich an die geschichte gar nicht ran das war mein recht in deutschland ist stets jedem zu sich zur sache zu äußern wenn man angeklagt ist ich habe das recht wahrgenommen das stand jedem anderen auch zur option und als möglichkeit im raum ich habe sie wahrgenommen die anderen haben sich entschieden nichts zu sagen oder ein teilen was zu sagen unser selektiert oder sehr begrenzt es gab ja von und bis und wenn man die denke jetzt ansetzt von wegen war es war es verrat muss man sich ja die frage stellen wo hat der verrat begonnen dann müsste man ja sagen aus meiner perspektive hat der verrat dann da begonnen als man mich in diese tat mit reingezogen hat unwissend und somit billig in kauf genommen hat dass ich damit für in verantwortung gezogen werde nicht wissend und da würde mir dann der verrat wenn ich so denken würde oder hat der verrat angefangen so denke ich aber nicht von daher ich bin ausgestiegen ich wollte das so nicht mehr der junge sei getötet worden das hätte nicht passieren so sollen und dürfen und für mich war das der richtige weg und würde ihn wird mich natürlich nie wieder in seine situation bringen aber nur den schritt immer wieder gehen weil ich nie bereut habe okay da ist nur ein problem dabei bei der ähm bei deiner version und zwar das was ich sagen mag nicht für alle motorradclubs gelten und so weiter aber ist es ist wenn ich mich einverstanden erkläre nach regeln zu spielen die sagen keine kooperation mit der polizei zum beispiel dann ist es halt verrat ob das eine scheiß regel ist oder ob das was ist was wir alle nicht gut heißen sollen ist ein kopf steht auf einem komplett anderen blatt das werte ich heute nicht ich werde heute nicht regeln die sagen ja man arbeitet nicht mehr für zeit dass darum geht es nicht es geht darum dass jemand sagt ich halte mich an diese regeln ich finde das cool ich profitiere davon ich war die dicke karre ich hole mir die kohle ich bin da dabei ich nehme das prestig und dann wenn es mir an einer anderen stelle nicht mehr passt sage ich wieder so ach ja na gut ich habe diese ich habe niemanden verraten verraten wurde ich ja als ich instrumentalisiert wurde nein das ist nicht also sehe ich halt also das ich war selbst auch ganz ehrlich nie in einer struktur in der ich tausende von leute meine brüder genannt habe und dann damit auch mit all diesen tausend so verbunden war aber wenn man diesen weg geht dann kann man doch nicht sagen wenn ich jetzt diese regeln breche die die gelten dann ist es kein verrat doch das ist es und das ist die frage ob das in ordnung ist ist wieder eine andere wie gesagt vielleicht muss ich mich mal mit dem philip hinsetzen vielleicht sogar mit ihm hier und darüber richtig lange reden so weil aber das ist für mich ist es und das ist schlimm ist dann warum sagt dann sagt man doch ja dann war es ja und ich habe dann diese ich habe unsere unsere regeln an die ich und meine brüder geglaubt haben an die ich für die ich mich tätowieren habe lassen an die habe ich dann am nächsten tag nicht mehr geglaubt das ist dann formuliert aber auch so und sagt nicht ja das war nicht so bisher bisher was ich meine so gollum face möchte wissen mit was für konsequenzen ohne polizeischutz rechnen es kann von man läuft an mir vorbei von ich schicke jemanden los versuche ihn zu töten oder ihm irgendwas körperlich anzutun das ist da gibt es eine spannung von a bis z von daher kann man das nicht jetzt genau sagen es ist immer liegt eine man der gegenseite wie damit umgegangen wird und polizeischutz schließt ja nichts aus ja es minimiert die gefahr ein wenig aber trotzdem schließt es grundsätzlich nichts aus aber wenn man das beschreiben sollte wie mit was ich rechne mit einem und wieder mit nichts ja also der polizeischutz ist schon massiver schutz so aber auch nochmal der polizeischutz sagt auch wo 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 man heute steht so weiß ich mein ja keine ahnung also ich muss muss noch mal zu dieser polizeischutz sache mehrere sachen ich finde wenn er hier polizeischutz kriegen kann dann können wir auch einige der gefährlicheren leute draußen dauernd überwachen anstatt andere maßnahmen zu überlegen wie wie was weiß ich noch mal eine nachträgliche sicherung zu machen oder irgendwie sowas weil sorry alle hausgemachte hausgemachte problem es ist so schwierig ich merke dir das ich ich greife ich glaube ich muss doch nicht mit ihm treffen ich ich bin so an der grenze von dem wie ich ich will ja so nicht sein ich will sagen leute lebt anständige leben lasst diese ganze scheiße hinter euch seid nicht im rotlicht nehmt nicht das geld von frauen die sich prostituieren während ihr mit eurer fetten karre vorfahrt und dabei geld und das ist vielleicht gar nicht richtig das was heißt vielleicht das ist meiner meinung nach nicht richtig zu tun ich will damit nichts zu tun haben und ich möchte dass die menschen die überlegen da reinzugehen das nicht tun ja aber irgendwo ist auch so ein bisschen wie kann ich einfach denn während dem spiel die regeln zu tauschen so jetzt ist so und jetzt habe ich polizeischutz ja okay krass halt krass ich war aber ich mich würde interessieren wie lange gesessen war ich glaube sechs jahre hat ein zwölfer bekommen und hat dann sechs jahre gesessen ich habe ein dreizehner bekommen david m möchte wird gerade eben noch mal hat jemand in den chat geschrieben wieso bekommt der polizeischutz und die opfer nicht und ich weiß damals noch es gab die situation war so da waren ja auch andere gäste in diesem weltbüro und der die 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 an dem tisch mit ihm saßen also mit dem opfer das erschossen wurde die hat man ja auch gedrückt dass sie aussagen machen sondern ihr müsst ihr habt doch was gesehen ihr wart ihr daneben gesessen die polizei versucht diese leute zu zu zeugen zu machen und die alle die hat man die hatten so viel druck von beiden seiten ja die wussten nicht ein noch aus so die sind opfer die kriegt da keiner von denen kann was dafür man neben mir sitzt jemand der erschossen wird so was kann ich jetzt dafür und gleichzeitig ja ist dann die kohle da um hier polizeischutz fahren zu können was mich ich bin nicht mal sauer wegen dem polizeisch ich bin eh nicht so aber ich bin nicht mal der polizeischutz ist nicht mal das ist es nicht sondern dass dass wir hier dass wir dass er so also dass wir sehen hier wir sehen hier so ich sehe hier sein gesicht ich sehe in sein gesicht jetzt seit drei vier wochen in jedem in jeder sendung und ich dachte ich wusste das nicht dass der polizeisch ist ich habe das jetzt erst gehört ich dachte die ganze zeit oh cool läuft das cool man freut mich für jemand neues leben das ist das aber gleichzeitig noch polizeischutz zu haben während du online wenn du youtuber wirst ist halt alle als polizist ich würde mir ich würde kündigen die riskieren ihr leben so wenn 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 man die gefahr so sehen würde was ja auch ich jetzt von ich glaube diese gefahr wird viel heißer hochgespielt als sie eigentlich besteht weil bei sowas die leute die die direkt betroffen waren die sitzen die sitzen auch lange keiner von denen hat jetzt bock irgendwas zu machen und später wahrscheinlich auch nicht also der polizeischutz ist sowieso rausgeschmissenes geld und dann aber gleichzeitig noch wenn man die gefahr ernst nehmen nimmt dann bist du ja als polizist gehst du dafür los und sagst ja jetzt gehe ich zu einem typen der sich hier auf youtube stellt und damit original das feuer auf mich lenkt so was ist wenn jetzt jemand einen anschlag auf den auf den mann hier verüben würde was ich wie gesagt nicht glaube aber was ist wenn und einer der polizisten wird verletzt da denkst du doch auch so wieso darf der ins fernsehen die ganze zeit wieso muss 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 sein gesicht überall zeigen damit ich in gefahr gebracht wird also sehe ich ich mehr ich nee das ist irgendwie ja dann lieber polizeischutz für die zeugen von der nummer spielen korrupte polizisten ja natürlich natürlich spielen die eine rolle ja auf jeden fall eine wichtige rolle informationen um gewissen dingen vorzugreifen sind ganz ganz wichtig ob es jetzt irgendwelche razzien sind haftbefehle durchsuchungen beschlagnahmungen oder ermittlungen telefonüberwachung das ist ganz ganz wichtig und es gab immer mal hier und da in der unteren hierarchie bei der polizei immer mal leute die man kannte also die jungs kannten aus ihren grundschulzeiten die dann in die polizei gegangen sind die denen hier und da mal was gesteckt haben das gab es das ist dann auch hier und da immer wieder zur anzeige kommen zu ermittlungsverfahren gegen diese beamten aber das ist natürlich eine wichtige geschichte auch für die polizei selber die ja genauso für v leute v männer informanten aussteiger also es beruht auf gegenseitigkeit quadratwurst hat sich gefragt hast du während dann ja wir haben natürlich das problem dass dass das korrupte polizisten in allen strukturen der organisierten kriminalität immer eine rolle spielen besonders problematisch ist die situation bei strukturen die mit dem rotlicht zu tun haben warum weil polizisten besonders männliche polizisten sind halt männer und männliche polizisten kannst du halt also theoretisch ja und das jetzt mal ich sage jetzt nicht dass es da irgendwo passiert ist oder so aber stellt euch vor eine eine frau die jetzt nicht unbedingt ausschaut wie die kasseste porno darstellen sondern eine hübsche hübsche junge frau eine sehr hübsche junge frau so legt es darauf an mit jemandem ins bett zu gehen ja man sagt sie versucht diesen einen person art zu verführen sie wird es schaffen höchstwahrscheinlich ja und jetzt kann wir wenn person a ein polizist ist oder ein staatsanwalt oder ein richter oder whatever ist es kein großes problem für diese struktur davon ein video zu machen dann kriegt das mädel irgendwie ihn noch dazu vielleicht irgendwas zu machen was er sonst nicht machen würde oder so ne man macht das video ein bisschen peinlicher als es normal schon wäre vielleicht ist derjenige auch in der beziehung oder was dann ist es sowieso peinlich aber selbst wenn er alleine lebt oder so ne du machst das video so dass es ist irgendwie peinlich was und den typen habe ich in der tasche für immer so vielleicht ist das mädchen jetzt sogar noch knapp so nicht alt genug whatever dann ist der im arsch so und deswegen sind diese strukturen als ich sage nicht die die struktur der rocker club sondern alle strukturen die mit rotlicht zu tun haben haben sehr viele leute da in der tasche ich weiß aus meiner zeit in tschechien ich habe dort deutsche beamte gesehen die kassen scheiße gemacht haben krasse scheiße gemacht haben bloß damals war es noch so ich hatte mit den kameras war das nicht so einfach und ich war technik kein genie sagen wir so aber heutzutage ist absolut kein problem mehr es gibt videos von all diesen leuten so und glaubt nicht dass da ja mal so hast du während deiner zeit oh gute frage mal gucken was er antwortet hat man mich auch gefühlt in der zeit dort auch gebrauch von der schusswaffe gemacht nein nie war auch kein alltägliches geschehen also mit schusswaffen oder so muss man dazu auch sagen es kam kam jetzt nicht oft irgendwie eine schusswaffe zum gebrauch oder minen einsatz er wenn ein messer diese berühmten rocker fox messer oder baseball schläger macheten schusswaffe war er so der gegen ihre geringere anteil der auseinandersetzung als waffe speck fürst möchte okay wir brauchen jetzt nicht groß körpersprache daher quatschen und so und ich würde jetzt da auch nicht an die wand stellen weil die frage ist auch einfach schwierig zu beantworten für jeden der aus der kriminellen welt kommt aber wenn wir genau hin gehört haben haben wir es war der geringere teil der auseinandersetzung so es heißt es ist vollkommen waffen sind immer irgendwo zu sehen auch da nicht schwerpunkt rocker ding oder so sind einfach kriminelle strukturen da gibt es schusswaffen fertig aber da kann er keine andere antwort geben wie viel geld hast du bei den hells angels verdient viel geld auf jeden fall mehr als der autonome verbraucher oder der autonome verdiener am tag gesalzener kabel ja möchte wissen was ist was ist okay also guck wie wärs wenn an diese antwort also wirklich hyperbole ihr wieso wieso müssen wir es immer so machen wieso müssen wir es immer so machen hier schauen kinder zu das ist das verdammte internet ihr könnt es nicht kontrollieren hier schauen jetzt 14 jährige zu die sagen oh geil ich will auch so viel geld verdienen man wieso wieso sagte nicht die ansatzfrage wie viel von dem geld ist übrig geblieben wie viel von dem geld ist noch da wie hoch sind deine prozesskosten wie hoch ist der polizeischutz von dem du hoffentlich anteilig was zahlst sehr viel geld verdient jetzt ist vorbei jetzt ist vorbei bis gerade eben war ich noch war ich nur war ich noch so ja man ich habe nur ich kann ihn nicht leiden weil er ein kronzeuge war und ich das immer schwierig finde aber jetzt spätestens jetzt so auf diese frage kann man doch ist es so schwer den nachsatz zu sagen ich habe sehr viel geld verdient in der zeit aber es bleibt davon nichts übrig weil gerichtskosten beschlagnahmungen hallo ich war in einem mordprozess ich war sechs sieben jahre hat alex hier gerade geschrieben sieben jahre im knast gehockt anwälte er hat den prozess verloren der prozess ging hunderte verhandlungstage wisst ihr was die für eine rechnung bekommen am ende dann das ist die schuld nicht mal nur von ihm sondern auch von hyperbole aber von ihm auch weil in dem moment wo du mit diesem grinsen mehr als der otto normalverbraucher war es auch länger im knast gesessen als der otto normalverbraucher und jetzt hast du polizeischutz mehr als der otto normalverbraucher hast du drogen konsumiert und verkauft nein nie nie drogen ich bin ein typ der immer sehr wach ist und bin auch viel zu eitel dafür und drogen verkaufen erst recht nicht ich hatte keinen bock mit solchen menschen zu tun zu haben mit süchtigen menschen das ist nicht so meine mein milieu gewesen mit dem ich mich um umgehen möchte oder zu tun haben möchte zwangsläufig dann ja durch das geschäft und von daher war das nie meins ist mir auch viel zu anstrengend gewesen auch viel zu risikoreich man hat dort mit vielen menschen zu tun und es ist immer nur eine frage der zeit dass man da irgendwie für in haft genommen wird oder was auch immer regress von daher hatte ich da keinen bock drauf gut wenigstens war hier auch ehrlich moralische gründe waren es nicht sondern es war die die eitelkeit und die die gefahr der verhaftung wir haben nämlich bei drogen tatsächlich das vergessen immer meine kleinen gangster wenn sie als junge gangster anfangen dass sie denken war cool man die kohle ist voll easy ja aber wisst ihr warum die kohle so easy ist weil ihr dafür super easy in knast geht und auch ohne dass ihr fehler machen könnt in knast geht weil jemand über euch aussagen wird und der kann jahr später aussagen der kann drei jahre später aussagen wir hatten damals leute die waren so lange schon raus aus dem game alle der lag lebte schon auf einer insel trotzdem haben sie gehört also der kam zurück weil sein dad gestorben ist aber jahre jahre und jahre später kann euch das noch zum verhängnis werden ohne dass ihr das eigentlich mitkriegt nur weil irgendwo eine erwischt wurde der euch nicht mal richtig kennt der aber sagt ja ihr steckte da mit drin und dann geht's los und das hat er gerade schön gesagt ja also das war der grund nicht zu betrunken zu haben brian lecron hat sich gefragt war es im gefängnis gefährlich für dich über meine haftumstände also situation kann ich so weit sprechen dass sie irritationshaft bedingungen waren also ich war 24 stunden alleine 365 tage im jahr die ganzen fast sieben jahre und grundsätzlich der gift des gefängnis immer gefährlich das ist ein aufwandbecken von schwerstkriminellen kleinkriminellen und von daher ist da die möglichkeit immer irgendwie dass irgendwas passiert zum nachteil immer gegeben und die isolationshaft war natürlich dem geschwillt aufgrund der sicherheit weil die situation halt auch gefährlich im knast ist und man weiß nie wie wo wer tickt oder wer von wem kommt das können ja auch dritte vierte fünfte sein die den bekannten kennen und der sagt mach mal das bitte für uns dann gibt es geld oder was auch immer und von daher war dann für mich dann klar dass ich dann die isolationshaft komme dass es so lange geht hätte ich jetzt nicht gedacht bis zum letzten tag von anfang bis ende aber das war der der situation geschuldet beziehungsweise der gefahr in der ich mich dann auch eventuell hätte befunden egon möchte okay also ich habe gerade gefletscht mit den zähnen ich habe das gesehen selber und ich bin wie gesagt ich bin in diesem video an der grenze meiner eigenen ich befinde mich am rand meiner eigenen person ich muss finden wer ich bin ich muss mich einordnen ich muss mich bei jedem satz neu einordnen ich war nur über ich war fast zehn jahre im knast und ich war nie ein tag freiwillig in isolationshaft sondern wenn dann wurde ich gezwungen und wenn wir hören wie er spricht er spricht er benutzt terminologien die die behörden benutzen so sein sein freund ist ja egal also dann zum nachteil dass das ist original das was dann so in der besteht zum beispiel in der in den papieren drin die du dann kriegst um diese isolation halt rechtskräftig stattfinden zu lassen und so dann steht ja es ist zu erwarten mit übergriffen zum nachteil des kasra sagaran und deswegen müssen wir als anstalt ihn schützen glaube auch das ja mein gott das ist also bei dir keine strafe also es war bei ihm keine strafe sondern es tatsächlich schutzhaft das heißt schutzhaft und das wohl der preis definitiv hier fragt anna gerade ob man dann schönere isolationshaft bedingungen hat ja definitiv definitiv das kannst du nicht vergleichen mit der iso haft die der jay zum beispiel mal ein jahr gemacht hat wo er nicht mal ein radio hatte nicht mal nichts gekriegt hat die ersten sechs sieben acht monate nein das ist eine ganz andere situation das ist isolationshaft und er kriegt aber alles was alle anderen kriegen das kannst du nicht vergleichen das ist nicht isolationshaft wie wir es aus dem fernsehen kennen sondern das ist mein freund polizei isolationshaft da geht alles also da ist es eine ganz andere situation ich wette dass er nicht mal die besuchssperre hatte die die leute haben normalerweise in isolationshaft sondern dass er normalen bezug besuch hatte auch noch mal für mich ist es wie gesagt noch mal ich bin heute nicht mehr so aber trotzdem triggert mich das so krass weil ich 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 eben das durchgemacht habe wisst ihr so ich habe das durchgemacht und dann zu hören wie jemand sagt ich konnte kann über meine haftbedingungen nicht sprechen ich kann nur insoweit darüber sprechen weil das war früher für mich ein rotes tuch wenn jemand so ja ich kann euch nicht sagen wo ich vorher war was du bist du bist du bist gefährlich du bist gefährlich für mich und es triggert mich gerade so sehr auch wenn ich ja jetzt eigentlich mal meinen könnte ich müsste ich müsste das verstehen oder was oder ich müsste das gutheißen als tue ich nicht ich kann das nicht ich bin noch nicht so weit es tut mir leid ich kann ich kann den ich kann den typ nicht gut finden ich kann das nicht gut finden das geht nicht ich weiß gar nicht ob wir das video jemals zeigen können weil es ist für euch ihr kennt mich ihr wisst dass ich keinen dass ich das nicht dass ich auch die andere gruppierung nicht gut heiße aber ich kann darauf nicht klar weil du sitzt im knast und dann siehst du ja er so wird so von den beamten so jemand wie er dann so von der polizei so dorthin geführt und die passen auf jeden tag jetzt zum verhör und so und so keine ahnung ich musste über mich nachdenken ich möchte wissen hast du noch freunde bei den hells angels sicher nicht nein niemals von deren seite aus niemals und von meiner seite aus niemals walters meyer ja gut treffen wir uns hier treffen wir uns hier was ist was sagt es über einen mann aus der gesagt hat hier ihr seid meine brüder ihr seid meine familie ihr seid mein ding und heute hat er absolut keinen kontakt mit niemanden von irgendwo wir haben das oft bei mir gehabt ich bin kein krimineller mehr mann ich werde nie wieder in meinem leben eine schusswaffe auf einen menschen richten um den zu überfallen ich werde nie wieder in meinem leben drogen von irgendwo schmuggeln und verkaufen ich werde nie wieder schmutziges geld verdienen aber trotzdem sind die leute mit denen ich das früher gemacht habe oder so auch wenn nicht mal alle von viele von denen haben auch ihr leben geändert aber manche sind nicht so weit und sind noch auf dem weg und trotzdem kann ich mit denen an einem tisch sitzen ja das ist nämlich der unterschied das ist der unterschied man kann sich ändern ohne von meiner seite möchte ich nichts mehr mit denen jahrelang waren es deine besten brüder und jetzt bist du jetzt sagst du von meiner seite aus nicht ich finde das ist ich finde es ich finde es nicht ich finde es nicht ich bin so nicht ich bin so nicht und ich habe mich auch geändert und ich verstehe alles wenn mir leute sagen so ey aber das muss du musst doch helfen verbrechen aufzuklären also nee muss ich nicht bin kein polizist geworden ich es muss die polizei geben die polizei muss verbrechen aufklären aber ich bin nur weil ich kein verbrecher bin bin ich nicht plötzlich geheimagent geworden ich finde es auch scheiße ich finde es genauso scheiße und er hat es ja gerade gesagt korrupte polizisten und das und das ich kann da ich finde es beides schwierig und ich will einen weg in der mitte gehen man und ne 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 das wäre für mich ne ok verarbeitest du das erlebt wie er das erlebt habe ich habe es verarbeitet damals zur während des gerichtsverfahrens das ja relativ lange war es ging fünf jahre und in der zeit habe ich viele dinge mit mir selbst verarbeitet mich mit mir selbst auseinandergesetzt und hatte viel zeit auch aufgrund der isolationshaft mit mich mit mir auseinanderzusetzen zwangsläufig und so habe ich verarbeitet und bin über den über das thema jetzt hinweg es ist vorbei ich werde es immer irgendwie in erinnerung haben klar es hat mich auch geprägt und deswegen bin ich auch heute so wie ich bin und bin den ganzen weg dann auch gegangen aber es ist jetzt nicht mein ständiger begleiter man es genau wissen möchte ich habe viel über die geschichte beziehungsweise mal über meine erlebnisse während des gerichtsprozesses dann kurz ein bisschen danach und auch davor die geschehnisse die mich sehr geprägt haben in mein buch aufgeschrieben das heißt der perser wenn man sich ich finde es immer gut wenn leute schreiben ich finde es immer gut wenn leute lesen ich bin auch dafür dass menschen die chance bekommen sich zu ändern und auch ich finde da ist noch platz reflektionstechnisch nach oben ich finde es ist immer sehr schwierig wenn leute die aus so einer struktur aussteigen dann einfach sagen ja die anderen sind alle böse die anderen sind alle böse noch mal so eine struktur in der du warst bist du du bist genauso das ist so wie wenn man sagt so ja ich wenn ich mit den kindern spiele ich darfst du nicht spielen weil die mal die schlechter einfluss du bist auch schlechter einfluss du bist auch schlechter einfluss und da habe ich nichts gehört sondern du bist doch teil dieses ganzen ohne vielleicht wäre es ohne dich nie passiert vielleicht hat die gesagt ja mann ey wenn kasser dabei ist der kann uns den rücken frei halten dann können wir die aktion durchziehen wieso das ist so das ist so extrem unreflektiert zu sagen ich möchte mit den leuten kein kontakt mehr haben weil die waren das warum das so passiert da bin ich nicht ganz ganz einfach so man kann also sagt auch wie die frage wie viel strafe hätte der mann bekommen wenn er nicht ausgesagt hätte das wissen wir nicht hätte es lebenslänglich gegeben ist in berlin auch 15 18 jahre sitzen ist ein brettmann 18 jahre sitzen ist was anderes als sechs oder sieben noch dazu wenn du innerlich weißt ich habe das gar nicht gemacht hat so ich wollte den nicht umbringen aber noch mal da auch wieder was hast du gedacht was passiert wir kitzeln ihn oder was wenn wir ein paar mal auf seinen schädel treten kann er genauso tot sein ich kann doch mich nicht aus dem aus dem aus dem geschehen nehmen ich kann doch nicht sagen die haben das gemacht und ich bin nur mit nein 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 also das war meine meinung hier zu kassel zagaran ich bin nicht beeindruckt man und das daher weil ich mir einfach ich ich als ich gehört habe grundsorge war es eigentlich bei mir schon vorbei sitzt steig aus im knast mach du warst dabei du bist mitgelaufen krieg deine strafe sitzt ihr ab steigt dann aus sagt im knast noch krasser sagt im knast ich möchte mich von euch distanzieren ich finde es nicht in ordnung wenn ihr euch erinnert wenn wir uns gemeinsam ändern wollen können wir freunde bleiben so wie wir es übrigens gemacht haben eine gruppierung von hardcore hardcore assis im knast haben wir zusammen das durchgezogen heute diese gruppe von 45 leuten die richtig übel alle drauf fahren wir stützen uns heute draußen und keiner ist keiner von den leuten ist noch kriminell von diesen harten kern aus straubing ja wir haben es auch geschafft wir haben 13 jahre leute gesessen mein bruder jaymann fast 16 okay das geht auch das geht auch und ja ich danke euch fürs zuschauen das hat mich jetzt richtig wieder ich hoffe ich bin ich bin ich der kranke keine ahnung man vielen dank dass ihr euch das angeschaut habt vielen dank für euren support euer support macht diese dinge erst möglich wenn wir so gucken macht es erst möglich dass ich heute hier sitzen kann und so von meinem hohen raus reden kann wir versuchen jugendliche zu erreichen dass die niemals in diese struktur erst rein wollen wir versuchen denen davor zu zeigen was wirklich ehre bedeutet was wirklich bedeutet selbstwert zu haben was wirklich bedeutet ein ein mitglied in einer community zu sein was bedeutet ich schütze andere nicht ich sauge andere aus all diese dinge versuchen wir jugendlichen beizubringen unter anderem bei den sichtweisen aber auch hier auf dem channel und jeder der denkt ich bin verherrliche kriminalität oder irgendwas nein 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 ich finde bloß eine echte verhaltensänderung zeigt sich nicht darüber ob ich den verrate mit dem ich das zusammen gemacht habe ja das hat für mich nichts miteinander zu tun und da mag ich falsch liegen ich bin auch bereit darüber zu diskutieren vielen dank fürs anschauen wenn ihr leute habt die 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 aussteigen wollen dann helft denen dabei unterstützt ihr dabei seid für die da bevor es zu taten kommen die dann einen auch noch zum kronzeug machen vielen dank fürs zuschauen mein name ist maximilian pokus der taste das hat schon mal nicht geklappt wahrscheinlich geht es so nicht mehr ohne dass ich in den bildschirm reinklicken aber da war ich auch da sieht man wieder wie ich meine videos guckt macht es nicht ja macht es nicht guckt die den content der anderen leute guckt den in der normalen aufnahme geschrieben ablauf geschwächt nicht wie das ist nicht in ordnung das mache ich nur weil ich so verdammt überhaupt wenig zeit